So, die Aufnahme läuft, Freunde. Hi Leute, willkommen zurück und you must be this tall to die. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf einem Karnevalsplatz, Kirmesplatz oder was auch immer, viele Karussells. Ja, wir wollten uns Zuckerwatte abholen. Ja, Zuckerwatte. Jeder sollte Zuckerwatte haben. Ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Die Zuckerwatte würden wir töten. Wir werden Neonfische in Zuckerwatte baden. Ja, auch was, auch das. Auch das, ja. Warte mal, wenn man so ein Zombie den Kopf abschraubt und in einen Stock reinrumpft und das rausruft, das sieht auch aus wie Zuckerwatte trieft noch ein bisschen, oder? Hm, 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 hm. Ja, doch. Der hat Geschmack. Hier, das müssen Sie probieren. Affenhirn auf Eis. Ich bevorzuge eher Schlange. Du guckst zu viele Diana-Jones, Jungen. Zu wenig. Zu wenig, ja, okay. Ja, haben Sie nichts normales, sowas wie Suppe? Suppe ist ja voll unnormal. War lustig, bis es dann vorbei war. Ey, ist wieder deutsch. Hey Leute, ich brauche einen Moment. Allein mit dem Auto müssen ein paar Dinge gesagt werden. Ja, Leute, ihr wisst, wie ich so ticke. Ticke, tucke, klingt ähnlich. Okay. Wo ist mein... Mano, kein Katana, keine Axt. Nee, es ist ja wieder ein neues Level. Aber schnapp dir doch bitte noch mal ein bisschen Würdigkeit. Genau. So, sind wir schon mal. Dann mal los, Freunde. Ich mag die Lampen nicht. Nein, die Schrotflinte nicht. Mensch, als Kind war ich da öfter mal. Das ist keine, wo man schnell schießen kann. Doch, das ist die kleine hier. Die Schrotflinte, ja. Nicht wirklich. Was da denn? Nee, nicht die Schrotflinte, die andere. So. Oh, da vorne sitzt schon was. Anzug-Update, uncool zerknittert. Die Frisur hält. Okay, also... Aber, das ist noch eine Jacke. Hier war mal ein ordentlicher Stau, würde ich sagen. Aber keine Flecken. Hab nur Beulen. Da vorne ist so ein rotes Auto. Schießen wir mal drauf. Weil es rot ist? So eins mit leuchtenden Früßelichtern. Vielleicht hat das ja ein Alarmgerät. Zombies in den Büschen. Was hier da wohl tun? Kleine Zombies machen. Ich habe Schreie gehört. Da vorne kommt Charger. Hilfe, Hilfe. Anzug-Update. Mit Zunge besprit. Ab ihn. Achtung. Ich dachte, das wäre Juwi. Nee, war er nicht. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Lade nach. Good. Ja, schock dir auf mir. Schock dir auf mir. Schock dir auf mir. Hilfe, Hilfe. Danke. Woher müssen wir denn überhaupt? Weiter. Einfach vorwärts. Vorwärts immer. Hast du Drogen? Wo sind die Drogen? Aber hat Drogen. Aber hat Drogen. Vercheckt euch Drogen. Du brauchst nur zwei Fieger retten. Ich habe gerade keine Kippen da. Kriege ich sowas? So. Verfinden. Stecken meistens in Form die Nasen. Oder Boden. Oder Boden. Hier erzählt eine Scheiße, Leute. Hunter. Oh Gott, bist du weit hinten. Hinterm Auto. Hinterm Auto. Hinterm Auto. Hinterm Auto. Oder? Hinterm Auto. Wie ich erst mal 20.000 Mal nachlade. hier. Aua. Charger. Wo? Wo bist du? Das schaffe ich nicht alleine. Da hilft jetzt wirklich keine Zeit. Irgendwo hinten ist ein Zünglein. Was schlägt endlich auf? Ja, wir müssen erst mal kurz aber wieder aufhelfen. Danke. Lade nach. So, und jetzt bitte zusammenbleiben und nach vorne gehen. Hier ist ein Koffer. Viel besser. Ja, hier ist ein Koffer. Geil. Koffer. Aber ein Koffer. Kofferbomben. Koffer fliegt. Das war doch nicht eine Kofferbombe, so wie sie es anhörte. Ja. Ja. Boah, guck dich an, was sie was hier anziehen. Meine Feuerwehr-Axt. Ja. Brand-Munition. Special Muni, warte mal. Ich baue die mal auf. Hier ist Verbandszeug. Ich muss mich kurz heilen. Will sonst noch jemand zündeln? Feuerwerk. Ich habe was gehört. Jetzt geht's gut. Wir sind die Brand-Munition. Acht Schuss nur, ey. Ja, ein Magazin voll. Wie lange weiter, oder? Ja, warte, da war gerade noch ein Charger. God damn it. Okay, wir gehen hier weiter runter. So, ich habe eine UC. Und zieht euch mal rein, dass sich alles so Zombies rumflattern. Vorsicht, das Auto, ne? Auto. Das wird bestimmt keine Alarmanlage haben. Meister? Was, guck dir das Auto an. Meinst du, so etwas klaut jemand? Ja, klar. Wir sind hier in Amerika, ja? Na. Er wollte mich bespringen. Er hat dich besprungen. Das Ergebnis sehen wir in neun Monaten. Kannst du schon mal Namen überlegen? Boomer. Ich hoffe, da kommt kein Stopp. Er sagt, das darf ich mal machen. Jetzt kommt es wahr. So, haben wir alles tot gehackt. Sollte ich mal erwähnen, dass ich eigentlich Fleischer bin. Naja. Fleischer? Willst du auch mal was beruflich machen? Mach's beruflich da was mit dir, oder? Glaub auch. Oh, komm, komm. Was haben wir hier? Aua. Du bist genau vorgerannt. Höp. Ich nehm' Molotovs. Ich nehm' einfach die 12. Letzte Woche hatten sie das noch. Keine Molotovs. Ich nehm' die nur mit 3. Ja, den nehmen wir alle. Juvie, wir brauchen hier mal ne Aufnahme. Äh, warte. Da kommt gerade irgendwas Großes. Ich hör'n Tank. Schau' mal hier zur Tür raus. Oh ja, schick. Ich würd's ja den Leuten zeigen, aber ihr rennt leider alle davor. Tank, Tank. Schieß schon wieder auf mich. Hey, die Brandmuni ist geil. Hey, die Brandmuni ist geil. Ich sag mal, stirbt der Knilch auch mal? So, jetzt zeige ich mir auch mal die Geschichte da draußen. Hier, schaut's euch an. Nom, 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 nom. Der sieht süß aus. Ach, man kann... So, geh mal raus. Hier, mhm, hallo, Kleiner. Uh, so. Ja, haben wir's. Können wir ihn hier hoch? Hey, hier kann man hoch. Oh, oh, oh. Ich hab'n Dockey. Was weiß ich. Das ist so geil. Warum oder so? Die kommen übers Dach. Was, scheiße, ich bin gleich hin. Ich muss mich mal ganz kurz heilen. Sekunde, Sekunde. Hier sind auch noch Sachen drin. Ja, da war auch grad noch Zombie. Oh, hier ist dunkel. Was da hinten? Ich höre ne Witch. Ja. Vorsicht, draußen ist ein Auto mit Alarmanlage. Draußen ist ne Witch, die ist ne Alarmanlage. Äh, wir können hier hochgehen, ne? Also ich weiß noch, vielleicht ist hier da oben was. Wollen wir hinten rumgehen? Ich guck mal ganz kurz hier hoch, Moment. Mach mal das Licht aus, falls ihr die Witch seht irgendwo noch. Also hier oben ist nix. Ja, der da! Hier ist ein Pinguin. Ich hab bloß noch vier Schuss, Leute. Das ist das gleiche. Pinguin. 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 Rosander Pinguin. Betrachtet den wundervollen Pinguin, Freunde. Merkt's euch, wenn ihr sowas seht, schreit Pinguin. Ich glaube, die Witch ist Rolly, sie rüber zu brrrrrrrr. Ja, ich glaub, das ist doch keiner. Wow, ein Boomer. Ach, kacke. Ich verteidige die Treppe. Der kommt hoch hier. Komm, get's up. Habt ihr Zeit, wird sie kleine Freunde für euch. Da ganz hinten lief gerade so ein Zungen-Zombie lang. Da unten ist ein Auto mit Alarmanlage, Vorsicht. Immer das Auto schießen, ja? Nein, also weiß ich nicht. Hier ist ein Molotov. Ja. Da kommt ein Zungentyp, ne? Hinter dem Bus hier. Läuft der gerade lang. Hier hinten liegt was. Doch, mach ne Schrotflinte. Treffer. Sehr gut. Treffer. Was liegt hier auf dem Dach? Schrotflinte. Das war meine. Kommt ganz gut. Weil meine Muni ist leer. So. Wohin müssen wir denn? Ich würd mal sagen, da beim Hotel durch. Aber der sollte Ava heilen. Es krüppelt. Ja, Balaz heilt ihn doch mal. Äh, warte mal. Ava, wo bist du? Wer bist du, Ava? Hier, Ava, stehen bleiben. Kannst du jetzt mal stillhalten? Genau. Ich muss dich verabsten. Kannst du jetzt mal stillhalten, Mann? Ich muss dich verabsten. Na, Sperry, gehörst du zu Guns N' Roses, oder was? Erst mal schönes Hotelzimmer zerstören. Ich bleib hier. Verbrechst euch jetzt mein Badezimmer. Und das ist aber nicht hübsch. Ich würde schon bald grad duschen kommen. La, 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 la. Es gibt hier nichts zu sehen. Hallo, lass mich duschen. Ich hab noch nicht mal einen Plasmabel-Fernseher. Was für einen Scheißhaufen. Okay, dann gehen wir weiter. Lass uns weitergehen. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Hier liegt ein Defi. Und ne Rohrbomber. Hier ist ein Charger. Den hab ich runtergeschubst. Weck durch das. Aber los, Leute. Jetzt hat er nicht geschubst. Durchsucht die Zimmer ruhig mal. Also da wird hier und da mal was drin liegen. Hier im Medipack zum Beispiel. Ich brauch mal einen. Jockey, Jockey, Jockey. Warte, warte. Wo denn? Ich hab's aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ich den erwischt hab. Da ist er! Der ist runtergeschubst. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh, hier, da haben wir die Besitzerin sauer gemacht. Ich kann heute irgendwie nicht gescheit sprechen. Und Bob suschen gespürt. Molotar für mich. Molotar für mich. Ah, und ich werd ihn trinken. Prost, Mann. Genau, bist du bescheuert. Du kannst mich doch nicht abknallen. Hey, ich will doch auch mit rein. Hey, hier im Bad ist ja gar nichts. Außer rotes Lecken. Wo haben wir runter? Da kommt ein Charger. Wir sind jetzt mal in das Haus rein. Charger, Charger. Oh, oh, das sind gar nicht ein bisschen Fehler. Oh. Lalalalalala. Slow. Durch diese Tür. Durch diese Tür. Durch welche Tür? Hier sind so viele Türen. Die war's nicht. Tag. Unten sind auf jeden Fall, äh, ist ein Medi-Kit. Ich glaub, das ist... Wandern wir eben. Aber hier ist auch noch jemand, äh, sehr hübsch. Hey, Kollege. Kollegin. Äh, Sparrow? Das ist eine von den lieblichen brasilianischen Prostituierten. Ja, komm, wir heilen dich mal eben, Runde, Flo. Ich mach dich mal. Wie gesagt, unten war noch ein Medi-Kit, sonst... Ja, holen wir uns gleich. Lieber nicht erst mal. Poolparty! 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 Ich will mitbuhlen. Hier ist eine Poolparty. Ey, das Wasser ist ja raus. Das ist ja langweilig. Lass uns das mit Zombieblut füllen. Zombies brauchen kein Wasser. Zombies brauchen... Kotze! Lade nach! Guten Tag! Lade nach! Lila, lade nach! Da war mal Hunter. Oh, oh. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Wie bist du nur da runtergekommen? Wie bist du? Lade nach! Lade nach! Torte! Boah! Ich hab'n Jockey! Lade nach! Hilfe! Jockey! da gibt man aber hoch es ist nicht so schlimm ging schon besser wie neu geboren wie neu geboren wie neu geboren wie neu geboren Anzug sitzt auch noch der Fleck auf Warnburg wir müssen zur Reinigung wir müssen gucken dass wir wieder zum heilen finden schnell ich hab noch aber nur gefunden er prima nehmen sie mit er wird jetzt nicht bestimmt heilen aber die meine 1 ich habe eine Möbel wir haben alle irgendwas außer Alva ne wobei der hat auch was so ja und jetzt auf der anderen Seite ist immer noch ein Medikid wenn wir da mal eben hin einmal eben hoch zurück und so oder hinten rum wohin? wo denn? du sagst das irgendwo unten genau auf der anderen Seite unten folgt dem Krüppel boah da jetzt nochmal hinlatschen ja aber wir haben einige die es brauchen könnten nee jetzt völlig in Ordnung hier ich bin noch so lauffaul deswegen lauf ich ja schon man sollte nicht alleine laufen er ist nicht alleine ja und er hängt mich ab ne ich meine oh hier ist ein Katana Ninjaschwert Ninjaschwert hier Katana du musst Katana ich mein's sie weiß es ein Katana ist ja kein Ninjaschwert gut dann lass uns wieder zurückgehen was so das war der Raum wo Flo vorher den Tank hat hochgehen lassen gar nicht würdest du nie tun das willige Unterstelligung Bist ihr mit meiner Knarre hier? da kann ich euch Liebe spenden behalte mal ich will auch etwas Liebe komm her was sind wir hier lang? sieht so aus oder? würde ich besser nicht hier hinten geht's auch noch längs ja aber lass mal hier lang datschen komm schneller Lücke krüppelt krüppel 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 Moment 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 Kinder die Folge also dieses Kapitel hier heißt Karneval da hinten am Horizont ist ein Riesenrad zu sehen ich rate wir müssen da lang könnte sein das sind auch Scheinwerfer ja ja wir gehen mal da längs wo der schwarze sagt dass wir nicht längs müssen ja vertraut meinem kleinen Schokoriegel ja? Seid vorsichtig wenn wir irgendein Willi sind ich weiß nicht irgendwie sieht das hier nicht so richtig aus doch wenn die Anerkürzung geworden sind oh ich hab den Jockey ah nein hey Hilfe 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 der läuft immer weiter mit mir ach danke aber immer gerne ich hab mich schon tot gesehen 20 mal ich hab den Farm auch abgelegt mit einer Granate ich kann mich hier ganz nicht bewegen ich kann mich hier ganz nicht bewegen wie die da einfach hochklettern sie sieht alle nicht allzu gesund aus ne und wir sind jetzt blöderweise gerade an einem Medipack vorbeigelatscht ne ich glaub Ballast ist mitgenommen ich hab ah prima so und ich hab Adrenalin ich hab ein Defi da kommen noch mehr da kommen noch mehr ja blick am Boden ist das schlimm hier ich brenne ich hab noch nackern wer hat Molotow geschmissen das wäre keine gute Idee okay ich glaub es war ich glaub es war das überstehen tut das weh oh fuck Leute lad und nachgebringst ähm wer hat noch Moni wer hat noch Moni ich nicht ich hab noch Moni ok dann komm her bleib hier ich hab noch meinen Katana im Augenblick ich hab auch nur meine Knarre Juvio auch nur seine zwei jo ok dann gehen wir mal weiter durch die wunderschöne Landschaft hier ja bleibt ihr mal da stehen jetzt können wir weiter laden nach da vorne liegt was da liegt Zeug Medipack und Moni oh perfekt ich leg mich mal zusammen ich leg mich mal zusammen da kommen sie von oben charger 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 mir bitte nicht wieder mich weiter ich will dich nicht anlögen du siehst beschissen aus wenn du nicht geil wärst der nächste Schlag bedeutet mein Tod ja die haben wir ja schon aber das haben wir schon gefunden so weit waren wir schon ist es da vorne die Witch ich sehe alles so schön schwarz-weiß aus diesem scheiß zuletzt heute kommen auch viele haben sich da gestapelt wie die Chinesen im Smart ok lass uns mal weiter gehen ich schau mal ins Toilettenhäuschen brauche ich erstmal wieder neue Munition ja da liegt ja noch welcher wie ist das schmuddelig hier du bleibst doch schön da drin ey aber spende mich ein ist voll gemein hab gar nichts falsches gemacht so hier rüber laufen weiter gehts weiter oh wieso bin ich denn so voll ich bin fast tot mir gehts gut laden nach laden nach laden nach ich bin tot Schmerz Merde ich bin tot 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 ich würde sagen machen wir hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann wieder wenn wir wieder beim Hotel durch sind würde ich behaupten oder ja ich stopp die Aufnahme erstmal bis dahin Leute machts guti ja bis gleich wir sehen uns gleich wieder tschö 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 tschö